Sorge dich für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag. Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst dies besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen. Du neigst diesen Monat dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unbeliebsame Überraschungen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal.